steine sind ungenau verlegt deutsche stream sag mal sascha kann ich mir mal so eine polnische zigarette boxen sind das wirklich die aus polen natürlich sind das auch die aus polen ich habe dich auch ganz für doll vermisst er ehrlich jetzt habe ich sehr gefreut auf heute als gelesen dass du kommst war ich so geil sorry wir haben uns halt noch erfurt angeguckt wirklich schön oktoberfest wir haben unsere achterbahn angesehen 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 wir haben wir haben den krämer die krämer brücke gesehen ja im dom auf dem berg wenn man kann über berg petersberg petersberg da haben wir von oben ganz erfurt gesehen sehr gedäppt alter ich habe auf den nächsten punkt erfurt gedäppt ja was los was denn energie folgen als hier küringer türiere gibt ok chatty alles gut wir können los jetzt wird es vielleicht manchmal auch aber wir nehmen richtig viel mehr nehmen wir haben also haltet die fresse etwas ist das eigentlich für ein scheiß controller jetzt nicht mal ein bisschen kleiner machen können du bist übrigens live nummer so hallo chat magas und margarine alles gut ja ja es geht ich habe hier netz in der ecke wenig netz in der halle aber es voll dieses jahr ja 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 aber glaube ich dass ich mich will hast schon wieder her schreiben auf dieser wundervollen kampfe was alle bänden aber seine erste ist ok kannst spielen ja ja spiel mal spiel mal den geilsten jam was cool ist was cool ist ich kann wirklich spiel nicht so wie du okay jetzt unterschreibe ich wird die versteiger ich denke ich bin ich kommt in die wand darf ich überall hin darfst du kannst auch hier an der seite wo du führst du sie gar nicht nur genau live resum option wirst du die danach noch spielen oder bleibt die so ich irgendwann werde ich sie denke ich mal nur als deko aber ich habe ja noch ein paar andere gitarren ich mache nur so wenig krank und das kann nee aber ich war jetzt gerade krank deswegen will ich nicht hände geben das ist nicht böse gemeint so na dann was zu trinken holen oder was ja dann los wir sehen uns später nochmal ok ich habe einen fischkopfsticker hast du das? ja scheiße das hat er gefunden er hat ihn gefunden er hat ihn gefunden er hat ihn gefunden hier gibt es sogar bubble tea hier gibt es der richtig verbotene scheiße lol das ist doch das ist doch für genfer konvention ist das doch verboten wollen wir uns ein bubble tea holen? ich habe noch nie bubble tea getrunken was? ne ich glaube ich habe auch nur einmal ein wettkopf ja dann dann trinken wir jetzt einen bubble tea ja das ist eine gute idee auch wenn ich schwange oh god ich glaube doch kein bubble tea doch kein bubble tea nee wollte ich gerade sagen das haben wir in guten Händen überlassen alles sehr schön Leute wissen wie man es baut Kameras sind auch dran nice sogar mit Regie und ordentlich Licht das hat sich sogar weiterentwickelt das habe ich auch schon glaube ich mittlerweile dreimal gebaut das ganze hier schön zu sehen dass es funktioniert und das wissen fruchtet das ist wirklich schön aber ich komme nicht in die Lounge rein hinten glaube ich da darf ich nicht rein aber Fernsehsender geht eigentlich also es ist noch relativ humanes Setup ist nicht so viel zwei Kameras PCs die Sofas halt vier Mikrofone also es haut schon hin ist okay ist okay oh geil mega sie haben auch daran gedacht den Sound draußen endlich hin zu bauen dass die Leute draußen was hören oh man sehr gut viel Wissen weitergegeben nice hey bist du nicht dieser richtig coole Dude wir haben uns immer noch nicht gesehen ich bin traurig M.K. ja bist du gut angekommen ja du sagst mir nicht wo du wohnst also so schon immer ich guck schon immer auf der Straße ob ich dich sehe echt ja ich hab alle Dönerbuden abgesucht nirgends so bist du ich hab auch gar kein Döner nein erst mal nächste Woche telefonieren ich würde mich freuen wenn wir uns sehen ich will Fotos mit dir machen ok wir können wollen wir also ich meine das jetzt ernst wollen wir nächste Woche fotografieren gehen ja lass uns telefonieren nächste Woche ja und dann gucken wir nochmal einen Termin aus so Lost Places und so hast du Bock drauf? geil würde mich freuen gut dann äh viel Spaß wo ist der M.K. folgt M.K. auf Twitch wo ist der lange? äh da irgendwo verschwunden ah ja 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 der geht wieder irgendwie kleine Leute verhauen ne hast du ihn denn schon getroffen? hä wovon redest du? ich hab grad gefragt ob ihr euch schon gesehen habt nee nie Max nie also auch nicht immer hast du schon E-Guy gesehen? E-Guy? ja ist das nicht dieser DJ ne? durch Kronkot hat ja durch Kronkot hat ja also wie du oder was aber wie das nicht durch dich ja durch dich über dich durch ihn ja doch ja naja klar sonst kann ich ja nicht sagen oh guck mal hier kommt gleich der nächste Influencer ey warte äh ach du der Hotbutton ja drück dann raus was ist der Hotbutton? Bautzen 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 ich glaub das ist Wurf warte mal ein Selfie mit Furry mit Furry mit Furry das ist Content wenn du jetzt rüber gehst und ein Selfie machst ne auf keinen Fall doch man ich kann nicht los weißt du was? ja wollte ich grad sagen ey ich hasse dich die kannte nicht ja wolltest du nicht oder was? ja doch aber der macht ja Fotos aber achso komm gleich rüber bestimmt der kommt bestimmt gleich rüber schnell schnell oh nice guck mal da kannst du wir müssen ein Bild machen wir müssen ein Bild machen oh sorry wer macht denn eigentlich das ja ich mach schon sehr gerne ja sehr gerne ja ne ja das dauert immer ein bisschen ist kein Problem warte so guck mal Chat extra für euch guck mal hm ja habe ich super Weltklasse ich hab gleich 8 Stück gemacht Dankeschön danke das hab ich gerne gemacht hab ich gerne warum brauchst du dich denn? was bist du denn getötet? willst du noch eins? hier laufen ein paar andere oder was? ja wir waren vorhin noch schon ich schick dir das dann nachher per Google Drive dann kannst du es bei Twitter posten neues Profilbild ja finde ich auch ja finde ich auch vier Bild bei Twitter hab ich irgendeine Wette verloren oder sowas? ja 16 ja ich rede auf Distanz ist das in Ordnung auf Distanz ist das in Ordnung ja was machst du wenn du jetzt Foto machen willst? ja das ist ganz schwierig warum? musst du halt mal ein bisschen runter gehen ja das macht man doch für seine Zuschauer kann man auch mal so ein bisschen in die Hocke ich hab so lange Bild nur weil du dich für deinen Stream verbiegst ne? was heißt denn ich verbieg? was soll das jetzt schon wieder heißen? du bist in der Argumentationslücke ja in was für einer Argumentationslücke ich mach das für die Zuschauer gerne dann machst du einiges für die Zuschauer du Hure wie war eigentlich dein September nochmal? aha da bist du wohl in der Argumentationslücke gelandet ich kann mich nicht dran erinnern aha ja das war die Mac 2019 ja ich würde jetzt in die Altstadt gehen dann gucken wir mal was wir da finden und dann gehen wir essen ja ja Taxi halt naja aber das war doch drei Kilometer das war doch keine 60 Euro ja Erfurt Messe Tarif der ist abgebrochen ja gleich am Anfang aber wir sind fertig mit Erfurt und der Mac wir waren essen und jetzt ist Freizeit angesagt ich muss noch drei Stunden ins Hotel laufen und joggen joggen ja genau war schön danke dass du mitgekommen bist danke dass ich nee das war geil das war wirklich das brauchst du nicht Danke sagen das war wirklich geil das sollten wir öfters machen Chat oder? war nice eins in den Chat wird es nice sein oder auch nicht sag einfach es ist nice aber es war wirklich cool sechs Stunden klasse ist er stay stream er ist ein bisschen anstrengender also dadurch dass wir viel gelaufen sind heute ist er halt irgendwann auch so ja jetzt macht man mal so für sich also länger wir sind ja auch kein Auto gefahren ist aber wenn wir jetzt in auf der Tour nicht Auto gefahren werden so viel glaube ich war auch nicht so lange online gewesen war gut ja schön super dann tschüss tschüss danke für die Unterstützung von der Sonne und bis morgen lasst es euch gut gehen folgt stay falls ihr stay noch nicht folgt auf allen möglichen Social Media Seiten kennt ihr ja die mods werden das mal durchspam für euch und ich sag tschüss und vielen dank fürs zuschauen bye bye bis morgen seitdem auf den wird würd jump hin никак